Das geht's! Oh nein! Wir haben's schon wieder doppelt! Ich mich auch ab und zu. Zu, zu, zu! Zu, zu, zu! Das macht mal mit. Hört euch immer noch doppelt? Nein! Aber das ist ja nicht immer, das ist ja nur ab und zu. Das macht mal mit. Ja, dann dreh ich das ja immer. Slash oder Slash mitnehmen? Nimm... Probier beides. Nimm beide mit. Nimm Thatcher. Ich hab kein Thatcher. Soll ich Slash mitnehmen? Nein. Die sind wahrscheinlich jetzt unten. Wir müssen durch die Garage auch kommen. Ja, würd ich auch grad sagen. Dieser aktive Ton gleich macht mich drauf. Nein. Dein Befehlston verletzt meine Gefühle. Ja. Nicht nur deine, auch meine. Soll ich das Spiel liefen? Die sind aber jetzt nicht liefen drohen. Das ist echt so. Ohhhh. Unten ist noch nicht verstärkt an der Garage. Die Garage ist zumindest verstärkt. Ich find die unten. Ach wie... Scheinbar nicht nur. Doch, Achis. Ja. Ich guck mal zum Job auch hoch. Unter der Treppe. Unter der kleinen Treppe von... ...Visitors. In der Küche in der Garage ist so fast. Ich hab' den ja gesagt, der ähm... Kann gerne zu uns in den Clan da waren wir ja alle uns äh... Kapkan hat oben den Dropper zugemacht. Kann jemand eine Sprengladung in der Nähe der Garage? Ja, ich hab' eine. Äh... Schmuck? Schmuck? Schmuck ist im Badezimmer. Ne, dritte, sorry. Obwohl, ich kann ja durch die Tür gehen. Ich geh' jetzt wieder raus. Der Dropper ist schön, schon nicht verstärkt. Auf dem, ne? Was? Wir können ja hier zum Dropper gehen. Der ist ja verstärkt, aber die kann ich ja auch machen. Ja. Darf ich Drohne noch mal durch? Mach das? Aber ich hab' noch ne Drohne drin. Direkt dahinter. Mhm. Frei. Wartehalle ist frei. Ah! Jau! Ne, Kapkan im Raum. Nö! Nö! Ja, das sieht frei aus. Ja. 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 Jau! Ist klar, mein Freund. Oh! Ist ja was? Ich hab' keinen Falle. Ich bin nicht tot. Das war von mir. Von unten. Von unten? Von unten. Ich hab' mich noch mal so gemacht. Ah, das war wahrscheinlich wie viel mit Pult. Hm, das glaub' ich eher. Ja. Und? Er ist tot. Auf dem Kameras sehen. Nichts. Machst du schon ne Topper auf? Ja. Ist offen. Sehr schön. Ist die Kamera da unten? Ja. Hab' ich da unten gemacht. Ist die Kamera da unten? Ja. Hab' ich da unten gemacht. Oh, da hinten runter shoppen. Kannst runter shoppen. Hinten unten? Wenn die da rechtsbar kupken. Nein! Jetzt kommt ein Thee in die Ecke gerannt. der kam aus richtung raum kam jäger gegen das bandit rein gerannt auch mann alter boden nämlich doch marscheldrecksvolle aber ich bekomme das ansprünktes von der frostvolle der pascal fragt ob das ein problem wäre dass er meistens immer so um 22 30 ist da ist wegen der arbeit weil der schichtdienst also nicht schichtdienst aber der hat halt zum großes ding am laufen sag ich jetzt mal er macht arbeit 22 30 ja schon spät wäre das denn immer so um die zeit oder nicht immer wochenende sowieso nie das ist ja nicht so um die nachdem was denn wo bist du denn komm treppe los hopp 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 ich hab bei mir die namen aufgestellt die muss ich mal gucken los lauf soll ich beide gleich zumachen oder alle drei oder alles was du da findest ja die sind dabei aber ja das war das zimmer schon wo fehlt noch ne wand ich hab noch ne wand über hier fehlt noch eine aber hast du schon gebeten ich hab noch ein strom lieber wobei garage hinten geht was auf da ist der blick jetzt hier hinten bei der garage ich bin in der camp da teller ist komplett was lecker ist halt voll auf mich drauf du weißt jetzt genau das will dann geht er weg drohende jacks ich sag dir wann er kommt ich kann ja nicht weggehen die sind alle in der garage alter wenn ihr nicht pieken ich sag dir wann er kommt ich stehe mit dem puls direkt neben dir das ist in der garage auch letzt auch garage die sind alle da da habe ich tausend mal angeschaut ja das ist letztendlich durch die wand du wichser piekt nicht so viel dann regt ihr euch gleich noch wieder auf ja das kommt durch die große türe aber ich brauche mich nicht aufregen weil ich hätte ja sowieso nehmt drin dann warst du die schon drin ne hier ist noch nicht drin nein ist noch verteidigen wir haben geisel wir haben geisel last rein strage da sag ich dir bestellt ob einer kommt dort kommt jetzt zu klein das geht jetzt zu klein da ist BlackBit steht immer noch in der Großen, hat anscheinend kein Schild mehr, geht jetzt in den Raum rein. Basti, bei dir müsste er jetzt direkt sein. Der ist da noch nicht. Basti, hinter dir, hinter dir Basti. Tormite, Tormite, große Tür. Schieß, schieß Basti, schieß! Hinter dir! Wohin denn? Tormite kommt rein. Tormite kommt rein. Sagst du dir, wer steht da vor mir? Der hat nie in der Kern sah das so aus, dass du da hingeguckt hast. Ah scheiße, ich blute. Fuck. Das haben Frauen ab und zu. Ja. Witzig, witzig. Am Anfang der Season hinten Rang spielen ist echt scheiße. Ich mag er hier nicht. Die Wiese ist safe. Die scheinen, die sind oben. Hinten oben, oder? Hinten. Ja, hinten oben. Bei dem kleinen Treppenaufgang. Einer ist da unten rumgelaufen. Also im Erdgeschoss. Dein Raum ist aktuell gar keiner. Ja. 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 Puls oben im Großraum-Berobeschaut. Das ist ein Zell. Das ist das hier da? Oder geht das nicht? Im Raum? Hier geht's. Da ist das hier gar keiner. ja ich hab's gemerkt weg unter uns ich glaube ihr könnt aktuell rein nicht wissen aber jetzt kommt einer mit zwei jäger in den toiletten so ich gehe auf die kämpfe ich habe eine kämpfe stellen das moritz ist in der ecke wo du hinguckst da jetzt immer noch weiter geht jetzt langsam zurück pult und jäger im vorraum pult sitzt wieder im raum schmauke ist immer noch da unten an der wand moritz reichen die kunden auch mal ein alter cavera wahrscheinlich wieder ne du snitch werd verhört schmauke kommt in richtung dann ok die spielen ein bisschen besser Naja, definitiv. Ach, was mache ich damit da schief, Alter? Wo gehen wir hin? Ach, mir ist es egal. Ja. Ist alles scheiße auf der Map? Ja. 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 Du musst die Hostage secure. Fortify die Rune. Ich habe das Wort. Ich habe das Wort. Ich habe das Wort. Ich habe das Wort. Die Hostage ist verraten. Die Verkaufung ist verraten. 10 Sekunden zur Verbindung. Die Verkaufung ist verraten. 5 Sekunden zur Verbindung. Die seien sich hier vorne schon an der Wand an, zwei Stück. Einer ist auf dem Dopp. Ja, da guckt einer die Sensor, ich glaub das ist ja auch auf der rechten Seite. Ja, ey, die hält auch schon wieder ab. Ash unten in der Lobby, hat noch ein Viertel Leben circa, 30, 40 HP. Der noch 20. Bobby, hast du keinen C4 fürs Fenster, Basti? Die hicken doch. Doch, aber ich will warten bis dahin. Also der Quest ist tot. Moritz links von der Ash. Auf dem Ping. Oder am Ping. Ja. Und die hat nicht mehr allzu viel. Moritz, hinter dir. Ja, hier kommt ja keiner. Kommt hier einer? Ja, das ist einer. Kommt jetzt langsam hoch. Hier kommt aber auch einer. Wir brauchen die Sch Wake in die Schiff. Was ist irgendwer Löng. Ganz Tauch. Das stöhnt ist einer Virgin Tas Cash frei. Guck in die Schiffe die Hunter Animationse kapotte. Hahn hat mich rum. Ich mache mich ein Zocker selbst. hier rechts in einer am fenster oben ist einer auf und auf und hier bei mir am fenster auf der linken seite am linken fenster weiter ich habe auf den kopf geschossen deswegen wenn man doch weiß was er abgeamt wird warum kommt er trotzdem ich muss echt sagen mit pascal und felix liebes viel entspannter schade dass es nur fünf immer sind ich würde ja schon immer mehr haben wir haben gerade mal eine runde gewonnen muss das dann muss man auch größere maps gehen die 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 Ah, das ist schmierig. Nice. Nice. Büro oder andere Raum? Ja. So. Das verkalkt mir doch wieder. Dorf ist übrigens tot und... Vakery. Ach, da hab ich den Jäger falsch. Ah, der Jäger ist entert. Oh Gott. Cool, kommen die auch. Er ist obergeschossen. Im Besprechungszimmer. Äh, da ganz hinten ist einer. Der heißt schon COD im Namen. Ist ja schon direkt unsympathisch. Da hinten. Da hinten. Beim Geisel schnapp nur Wichser. Jäger in der Haupttür. Jäger angehettet. Ziemlich gut sogar. Ja. Man, die eh auch killt. So los. Ich hatte einen sehr guten Lehrer. Ja. Wie englisch, Mandy. Alter. Na, rede von dir. Ja. Wo geh mal hin? Archiv? Verwaltestwo? Ah, da kann man Archiv nochmal probieren. Oder? Na gut. Jo. Würde ich nicht mal bitte in den Nebenraum, die... die Wand nicht zuzumachen. Ich würde vielleicht gegen welche das ist. Ja, die hab ich schon zugemacht, wenn du die meinst. Na gut. Der geht gar nicht zugemacht. Ich mach es. Ich mach es. Oh. Die sind hier nichts zugemacht. Suche. Die hab ich schon gemach. Ja. Nicht zugemacht. Ach klar. Na toll, jetzt hab ich immer... eine drohne ist weg noch eine wand und zwar ich dir überall wir könnten ein bisschen später gerade hier so gebrauchen da ist es bei der garage ich weiß nicht was das ist gerade hier der droger ging auf aber nur der boden neben dem droger und ich habe aber sehr oben am top ist keiner mehr das hat frei gelaufen zu bänden beidseitig das gibt es nicht ich habe für sie drunter iq garage könnte black geht es tot da ist aber noch jemand ich weiß nicht was war hier läuft treppe hoch durch guckloch durch einzelne kleine guckloch alter der kill der recruit ist treppe hochgelaufen da hinten ist thermite hier oben ist einer thermite ist wieder in einem kleinen raum ja da hinten ist jemand genau auf dem pin ist thermite der recruit kommt wieder die treppe runter die haben die kämmer entdeckt Spannung Wir haben die eigentlich die ganze zeit gewinnen dass sie damit wir jetzt aufholen können der raum in dem du warst da ist ein ganz kleines loch gewesen in der wand richtung garage ist kurz dunkel geworden noch mal runter war schon nicht schlecht also wo fabio und ich lagen das ist so geil gewesen ich war in diesem kleinen abstellraum war ich war gegenüber wo diese kleinen dinge überall drin sind diese regale dabei ist so dass wir machen machen wir haben wir noch ein bisschen stoffen brauchen wir zum ende ich habe einmal schon 11 vielleicht nicht so weit gelaufen diese band hier auch bitte nicht zumachen der täter muss das machen werden Ja, ich glaube gerade hin. Sehr gut. So, Stacheldraht. Hier? Warte schlecht, es geht knapp bei mir. Überlaut an einer Drohne. Hauptschut zu. Oh nein. Kann ich meinen Fügel jemals haben? Danke, danke. Ja, mach ich. Die meinst du, ne? Irgendein Drohne ist noch. Irgendein Koffer ging rauf. Ja. Ja, 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 ich seh ihn. Ja, schmeiß zu viel. Durchsäuern, keinen Gang kommt einer. Der fliegen sie richtig los. Der fliegen sie richtig los. Wendet über dir, über dir, Wendet. Ja. Schön. Ist jemand gehittet an der Dropper? Hauptschut kommt irgendwas. Ja. Schön. Hä? Von hinten wie? Äh, von oben. Ich hab erst getötet. Ich kann jetzt gerade nicht. Mach die Hupstohle denn da die ganze Zeit. Da ist einer. Ah, fuck, oh Mann. Ah, vergessen, dass man durchschießen kann. Ganz ruhig, Jungs. Bleib da, bleib da in der Ecke. Ganz ruhig. Nicht da durchlaufen. Die zielen auf die... Okay, du hast über die Auflöcher. Ja, das sehen wir. Bleib zurück, die sind oben. Das heißt, die brauchen ein bisschen, bis sie unten sind. Spiel auf Zeit. Die brauchen noch einen Druckerrund. Die brauchen nur den Drucker auch da. Ja, aber... Was jetzt gerade irgendwo passiert ist. Die sind eh wo gebrochen. Wo wurde gebrochen? Kleinen Gang. Kleinen Gang sehe ich, wenn da einer droppt. Da ist einer im Gang. Da ist schon einer im Gang. Da. Der ist an der Ecke. Da wo die versteckte Wand ist, sitzt er an der Ecke bei der Tür. Das war IQ. Von hinten irgendwo? Ich hab' den Rommel verroffen. Ja, das war IQ. Im Kleinen Gang ist eine Kamera. Die Bahn war oben. Da ist ja noch gebrochen. Da ist ja noch gebrochen. Die Bahn, da. 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 Herr... eens wieder hoch! Team Ironhauter Team Ironhauter Kampferksieg. Kampferksieg. Ja. Da drüber zu reden. Lass mal machen. Können wir alle vollkommen? Ich auch. Wo muss man dran kommen? Wo ist hier? Ja, mal sehen. Unten. Natürlich. Ah. Noch ist oben. Verstärkt. Verdammt, du Scheiße. Oben ist noch offen, ja. Weltkrieg hat eine Cam in der Garage. Achtet auf Kapkantfallen auf. Okay, jetzt wird oben zugemacht. Der letzte ist voll. Wendeltreppe runter. Wo wollen wir reingehen? Ich gehe durch die Visit. Da ist nämlich nur ein Bluffer offen. Ging einer war im Erdgeschoss. Menni, der Rufer gerade aus sahen ist offen. Achtung, da hinten gehört. Du guckst. Du guckst? Ich gucke, ja. Ja, da ist schon einer. Der letzte scheint Mira zu sein. Ich könnte Mira gewesen sein mit der Weifern. Hier ist einer im Büro. Hier ist einer im Büro. Der letzte ist einer im Büro. Der letzte ist einer. Der letzte ist einer. Der letzte ist gestört. Nach oben oder nach unten? Äh, ich weiß nicht ganz genau. Ich hab nur Schüsse gesehen. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Holt ihn euch. Ist der weg? Der Green ist weg, ja. Ja. Oh Gott sei Dank. Ich hab nur noch 10 AP. 50 Sekunden. Wir tingeln schon wieder hier nur durch die Gegend. Ich komm zu dir Mandy. Ich komm zu dir Mandy. Wir warten. 30 Sekunden. Scheiße. Nicht nur da Joel, ganz rechts ist auch einer. Oh, ich hab noch einen Podest. Ich hab zwei geholt. Ich hab drei geholt. Ich hab zwei geholt, aber nur fast. im raum er läuft einfach vorbei alter du sollst die ganzen nehmen und dich irgendwo hinstellen